riesenkönig ddd im kampfverlauf erhöhtes lauftempo für gegner riesen verwandlungen gesenktes lauftempo für mich oder was ich hab so große angst die krass der ich will schnell kam ich will mit snake der zeit zocken oder ich sag's euch schlitz schlitz aua tobolauf ist schon klar tobolauf wisst ihr so don bongo der typ aus joshis story joshis story das war auch ein sehr sehr schönes spiel aber man ist das einfach und so kurz weil das spiel war ja so aufgebaut rein vom system her und damit du alles vom spiel hast musst du es auch viermal durchspielen so was kommt hier für ein gebiet noch mal so eine pilz also noch mal so ein pilzgebiet mit einem neuen kämpfer also die ganze rechte seite bin ich echt gespannt wann die zum tragen kommt haben wir wieder schönes hier der football chuck legen wir erstmal den kreis zur stadt fertig der gegner hat super rüstung ist aber langsamer ausdauersmash auf zeit der gegner setzt oft spot ein ja ey ne leute die salubel chronicles ist ein sehr gutes spiel ey das ist so schön das hat so schön was talk ist cheap wieder echt super am ort nein mann ist das scheiße warum warum in die falsche richtung ich habe nicht ich habe nicht nach rechts ob gemacht snack ist doch völlig schlange naja snake so das war natürlich nichts ne dann kann ich ja eigentlich ausnutzen dass ich den tippe habe oder nicht ich bin jetzt schlert weg Alter schöne tippe ey wie viel damage das macht zu makina überschlagen tork ist nur ein time sehr schön ich hab zur stadt da na ja mal gucken da die gamaro den mimik gegen das ist oft spezialstandard ein ist das scheint umstände pokémon erstatt als kugelsaat ja okay das war warum ist das scheißig amago ich habe mit dem scheiß mann nein ich bin in die falsche richtung man er schiebt noch ein bisschen mehr was soll er mich verarschen aber die machen gar nicht immer wie was soll kommt mal auf einmal die drei die gamau hat doch keine angst vor so ein anfangs starter junior okay er ist noch zur stadt und schatzkiste gibt es gleich zur stadt toll obst obst smash of zeit da geht es oft zwischen standard 1 der gegen obst zweimal musik zweimal sind zwei leben alter sofort weg was soll ich komme hier gleich zur stadt obwohl sie so aussieht jetzt so weg man egal truhe auf je 500 geldpunkte bin ich denn hier jetzt ist ein einzelnes gebiet für sich auch und das ist eine höhle warte aber auch eine höhle da kann man bestimmt es brennt der boden verursacht schweren der mensch alle oberen schaffe ich trotzdem schöne musik von sonic blaze the cat die mache einfach da ohne mit der wimper zu schauen den maf ist so p der maf mit seinem scheiß tippa guckt euch das an sie hat eine chance man auch hätte ich jetzt mal getroffen es wird auch anders ausgehen können man mist gleich noch mal mit gesangseinlagen bitte dann mache ich es halt wenn es beim ersten mal nicht klappt dann muss der second try alles also vorsichtig wird immer vorsichtig also der musik los ok ich glaube die musik wird immer heftiger umso krasser man hier was schafft oder so ich bin zwar im nachteil aber ich bin stärker von den punkten her im kampfverlauf unsichtbarkeit für alle der gegner startet mit stern zepter ok ein wenig unsichtbar sein wenn du am boden liegst kann ich schon treffen einer der scheiß tippa ne zack so gewonnen ne mhm 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 Oh. Ein neues... Ist das wieder so ein neues Zusatzgebiet? Das wäre ja geil. So, hier habe ich jetzt aber alles, ne? Ja. Dann mache ich erstmal dieses Pilzgebiet hier. So, Alter. Gravity Suit. Erhöhte Schwerkraft für dich. Aber nicht für den Gegner. Bereit? Los! Und der Tipper. Verdammt. Und der Tipper. Verdammt. Und Tipper. Oh, 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 oh. Oh Gott. So. Kein Problem, Leute. Kein Problem. Feuerbodenresistenz. Sehr, sehr schön. Toll, die hat ich so ja schon. Egal. Doppelt haben oder nicht? Dann kann ich aber welche entlassen, die ich doppelt habe. Dann habe ich auch noch nie gemacht. Warte mal, das will ich mal kurz machen. Geister. Ich habe ja welche doppelt. Ja. Das will ich jetzt mal, das habe ich auch nie gemacht. Mal gucken. So, hier sendest du Geister zurück in ihre eigene Welt. Als Belohnung erhältst du Geisterchips und Geisterpunkte. Okay. So, wir haben die Kennzelsüberspielen. Geil, ey, Igel, ne? So cool. Hier, den zu wahrscheinlich ja doppelt hier. Also kommt er weg. So, den. So, die habe ich doppelt. Level 1, der kommt weg. Warum mag ich den denn überhaupt doppelt? Weg. Ich werde es natürlich auch nicht übertreiben. Alles hier neue Sachen, ne? Wie gesagt, das ist immer die ganze Collection noch von den anderen Spielmodi. Mh, 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 mh. So, hier, Dr. Krüger kann weg. Wine Time kann weg. Nein, kann nicht weg. Der nicht. Der muss man aus Prinzip behalten. Also ein Ola Gumba ist da weg. So, fünf Stück entlassen. Ja, Giga-Bowser einfach mal entlassen richtig hart. Ich glaube, du kannst auch Meister im Besitz filtern. Ah, okay, das ist gut zu wissen. So, der hat hier ja keine Stufe. Was sind das hier? Achso, das sind ja nur... Guck mal hier, er ist Level 1. Die haben gar kein Level. Oh, okay, na gut. Kann ja mal sein, ne? So, ich setze erst mal entlassen. Jo, die habe ich auch nicht doppelt. Klar, Mann, Belohnung mit... Belohn dich mit Chips. Möchtest du stattführen, fortfahren, jo. Gut, die habe ich auch noch. Warte mal, dann sollte ich mal kurz. Meister im Besitz. Cool. Danke für den Tipp, den nehme ich die auch noch mal schnell. Gebe ich auch mal alle weg. Danke für den Tipp. Okay, Alter, wie viel ich aber wirklich habe. Warum? So viele doppelt. Na, ich habe die Kof-Media halt immer, ne? Wisst ihr Bescheid? So, alles klar. Alter, 11 mal jetzt nur neutralen Dinger. Mach ich. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eingecashed. So. Perfekt. Da hätte er natürlich auch die Doppelten auch nehmen können für Geister. Oh, Charlie. Der Gegner hält im Kampf Verstärkung. Rutschalarm. Bremsen ist fast unmöglich. Der Gegner schaut mit einem Bohrer. Pikmin 3, where friends? Geil. Ach, Mann, ey. Pikmin so ein geiles Franchise, ey. Ja, natürlich. Mit, ja. Erstmal jedoch mit Elf. Ich will das jetzt hier einfach töten. Wieso renne ich einfach in den Bohrer rein? Alter, die Augen, Mann. Wartet mal, Alter. Das ist ja so krass. Moment. Moment. Alter, ey. Der hat entweder eine krasse Binderhautentzündung oder hat es sich weit eingefiffen. Der Marf, ne? So krass. Alles klar. Aktivitätsgeist. Charlie. Stoned Elf. Ey, richtig stoned. Die sind alle so. Ich will nochmal einen Yoshi haben. So. Glückwunsch. Du kannst uns deine Geister auf Erkundung in die Höhle schicken. Ja, ab in die Höhle, Alter. So. Und damit es besonders makaber wirkt, schicke ich nur Kinder-Spirits in die Höhle rein. Zu früh? Hier kannst du Trupps aus Geister zusammenstellen und auch Schatzsuche schicken. Ausflügel dauern stets eine Weile. Doch wer durchhält, wird oft reich beschenkt. So, wer möchte denn mal rein? Gestalten, Captain Charlie. Du bist hier wegen der Espedition, ja? So, da guck mal Groudon, Alter. Groudon findet richtig krass. So, ich schicke mal Groudon los. So. Hier, er ist auch krass, hier. Ich schicke mal Indi los. Das ist doch ein geiles Team. Ja, und der hier, der sieht zuverlässig aus. Der Muckimist. So, den schicke ich los. Wer soll sich aufmachen? Und als Backup kommt er hier noch mit. Ah, nee, der bleibt in der Höhle stecken. Wow, Marcel. Alter, Marcel. Das war ein Scherz, Leute. Genau hier, Benni sagt schon, Erwachsene passen nicht in die Höhle. Und der kommt immer mit hier, so. Alles klar. Na, alles klar, ich schalte einen zu zusammen. Los geht's. Oh, Roger, dein Abmarsch. Cool. Noch sechs Stunden. Tja, bis weit lang ist streamen, ne? Okay, gut. So, perfekt. Einmal noch sechs Stunden, ey. Richtig hart. So, aber okay, dann, ja, jetzt ist es ein bisschen dieses pilzige Gebiet. Aber den Käfer, ah, der Rabbit Kong. Den Käferwegner mitnehmen. Tja, bin zwei schwächt, aber egal. Starke Armgriffe für Gegner. Ne, die scheiß Hasenmucke von dem Greifer-Game. Wow, da war ich so schnell. Höh! Wow! Ich muss einmal richtig treffen, ist dann gleich der weg. Zack! Wabbit Kong gewonnen! Einer, wie er aussieht. So, weil ich weiß, gehen die sechs Stunden auch offscreen. Alles klar. Das geht auch für Dojo-Training und so, alles klar. Aber das Spiel muss dafür an sein, lass mich raten, ne? Einer, Pac-Man! Den muss ich mir holen. Pac-Man! Was hat er jetzt in sechs Stunden Echtzeit? Nicht In-Game-Zeit. Der hat halt ein Schnee-Dach. Ich habe nur Stamm und gesagt. Alter! Wie stoned auch der hier ist einfach. Blum, blum, blum! So, mal. Zack! Alter, die Reichweite ist so übel, ey! Von Marth und Lucina. Das ist so hart und so schnell. So. Mit Pac-Man würde ich aber auch ungern spielen. Mit dem kann ich nicht zocken, Leute. Ich bin einfach unfähig. Ja, es geht nicht. So, das Spiel muss tatsächlich nicht anbleiben. Geil! Das ist cool. So, trifft mich sofort tot. Ah, okay, Leute. Das ist dann doch aber wohl ein zweiter Boss. Ja. Zweiter Boss, der den Schild wieder kaputt macht. Um einen Schritt, oder was? Gut zu wissen. Hm. Ey, jetzt sieht aus, als ob das Snake, als ob es das Snake gibt. Das sieht halt echt so aus, da, ne? So. Minsel. Oh, Sakura! Okay, lass mal hier weitergehen. Alter, Master Belch! Ja. Es klebt. Der Boden senkt Tempo und Schwungkraft. Das senkt der Abwehr für dich. Master Belch, ey, Belch. Er ist einfach ein Kotze. Er ist einfach Kotze. Und er hat auch überall hier hingekotzt. Er hat gekotzt, er ist der Meister-Belschmann. Oh, Mann. Er geht einfach die ganze Zeit Glitzer. Zack! Zack! Marf halt, ne? Er ist Marf. So. Master Belch. Der hat immer so ähnlich gehülpst, Alter. Wisst ihr noch? Leute, erinnert ihr euch noch an das LP? Zu Earthbound, Leute? Mein Earthbound-LP. Nee, das war geil. Das war so crazy, dieses Spiel. Aber gut. So. Leute, der hat der Zeichiflux. Zeichiflux? Nein, der... Shiggy. Shiggy. Auf Dauer, auf Zeit. Gegner versucht, Abstand zu halten. Earthbound war toll. Alter, so rede ich doch gar nicht, Mann! Earth. Earth. Earthbound. Alter, ein goldenes Shiggy! Alter, over shiny! Tja, Tipper, ne? Und der eure Käfer hat ganz langsam wieder zurück. So, Klebeschutz. Habe ich aber auch schon. Geil. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Na, ey. So, boah, hein. So, hier noch ein paar Wege. Oh, einfach so eine Gratistruhe? Geil! Oh, zehn Lernjuwilen. So, da haben wir einen Kämpfer. Um da hinzukommen, muss ich aber ein Siegbad machen. Deswegen erstmal Brittany! Cool, das ist die nächste. Smash auf Zeit. Gegner wird durch Essen kampfstärker. dann gibt es aber schon doch irgendwann louis ging der 10 eilbster näher an wieder absmacht trifft wenn die so klein und neben ihr am boden ist das voll übel ich finde es ein bisschen zu stark zack zack alter mit helm des wollen der schicke war nicht schillernd sondern golden ja das stimmt die den gold ich mich nicht schillig schillernd schillig ja macht perfekten kontext sind so er macht erstmal die runde zu ende dass wir zum flughafen da kommen weiter walko er erst stärker egal meine punkte sind gerade ausreichend hoch genug voren der gegner startet mit lipstick torrenta einfach weggeworfen okay ja apos hat ein main aus meli pro renter ist ein main er hat er wieder die die gehackte version gespielt so dass wir schon eine runde rum flughafen alles erledigt geil dann muss noch schnell den typen hier den football schock so bin zwar wieder nachteil aber wenn er hat wenn man sieht die zahl immer nicht mehr 8000